Hi hao, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Build Battle, was wir gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr bei mir gespielt haben und nur bei Tops. Aber wir haben das Thema USA... Ey, wie wollen wir USA machen? Wollen wir doch einen Trump bauen? Ja, können wir machen. Warte, warte. Wie bauen wir den denn? So einen Thron. Einen Thron? Oh Gott, nein. Wenn wir jetzt wieder anfangen und einen Thron bauen, Flo, dann sind wir in fünf Jahren nicht fertig. Okay, ich baue die Figur, okay? Okay, okay. Soll ich sitzen oder stehen? Nee, lass so eine Präsentenrede machen. Okay, okay, okay. Dann soll ich so eine Art Bühne bauen oder so dieses Podest, wo die draufstehen oder machst du das schon? Ja, ich mache das so ungefähr. Zwei Blöcke hoch. Ja, kriege ich hin. Okay. Ich als alter Master will das Profi, ja. Man kennt es ja. Dann mache ich hier jetzt so den Trump. Den Trump. Ja, ich meine, wird man ja erkennen, oder? Dann machen wir eben lustige Haare. Ich mache noch eine Reine nach vorne, damit es ein bisschen mehr Tiefe hat. Aber Ronja, warst du schon mal in den USA? Ich war schon mal in den USA mit meinen Eltern vor ein paar Jahren. Warst du schon mal in den USA? Ich nicht. Nein? Das macht mich traurig. Oh. Wie sieht so ein Trump aus? Sehr rotes Gesicht und sehr gelbe Haare. Ich mache dir meinen Anzug, oder? Mach dir meinen Anzug. Und der ist ein bisschen auf der pummeligeren Seite. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Könnte mich aber auch irren. Es könnte sich geändert haben. Ich gucke mir jetzt nicht 24-7 Bilder von dem an. Aber du machst das schön. Wollen wir dem die Krawatte mit so einem Bannernbaum? Wie wir das schon mal machen? Man gibt ihm so eine blaue Krawatte. Nee, eine rote. Eine rote? Alles klar. Da bin ich dran. Kein Ding. Banner Bilder. Wo hast du denn, Eike? Westküste. Einmal komplett oben unten von Las Vegas. Ich bin neidisch. Ja. Es war... Nice. Ich war noch nie in Amerika. Habe ich schon mal gesagt. Hast du schon mal gesagt. Warum warst du noch nie in Amerika? Einfach so. Weil du dein Haus nie verlässt. Nein. Okay. Nein. Einfach, weil es noch nie was ergeben hat. Okay? Ach so. Hat sich noch nie was ergeben. Nö. Das ist ja verrückt. Aber es könnte mich ein Anliegen, dass du dein Haus einfach nie verlässt. Weil ich verlasse mein Haus manchmal, okay? Okay. Ich muss nämlich manchmal aufs Klo. Du hast das in deinem Haus. Obwohl, nee. Das macht keinen Sinn. Das ist in deinem Haus. Ich glaube, du musst dir ein roteres Gesicht machen, damit der Kontrast zu den Haaren besser ist. Ah, Ronja. Ich weiß, was du meinst. Oh. Das meinte ich nicht. Aber schön. Mach weiter. Mach weiter. Es gefällt mir wirklich gut. Oh nein. Das sieht richtig verstört aus. Was ist das? Das ist doch ein Job. Die Leute wissen schon, was gemeint ist. Okay. Meinst du? Ich glaube schon. Die Haare sind ein bisschen schwer, wenn du mir ein bisschen helfen kannst. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie. Der hat so eine... Oh, ja, 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 ja. Nein, nein. Das war gut. So weißt du, wenn du das nach vorne machst. So gerade. Ohne das Dings. Das sieht irgendwie so aus, wie es bei ihm aussieht. Nein, nein, nein. Das sieht bei dem aus wie eine Kappe. Der hat so einen Schub. Weißt du? Das ist korrekt. Okay? Okay, klicke. Man erkennt es von der Seite, sage ich. Wir können vielleicht oben noch ein bisschen Volumen hinzufügen. Vielleicht... Ja, stimmt, 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 stimmt. Ich glaube, es wird gut. Ja, ist egal. Komm, wir machen dem jetzt noch Augen. Soll ich dem jetzt so schwarze Knöpfe als Augen machen? Schon, schon, schon. Ich würde eher so machen, oder? Okay, mach, wie du denkst. Huch, was machst du denn? Ach so, du machst weißt dahinter. Sehr schön. Warte, müssen wir dem noch so einen Mikrofonständer mit so einem Mikrofon vorne machen, wenn das so eine Präsidentschaftsrede ist? Ja, ja, ja. Okay, dann bauen wir das noch ein bisschen länger. USA-Flagge, ha? USA-Flagge dauert lange zu bauen. Nee, warte, warte. Mach das sowas so schräg, oder? Was? So, dass das nur so hier so ein Vorsprang ist. Ach so, ja, 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 klar. Können wir machen. USA-Flagge. Soll ich die dahinter bauen? Dann machst du den Rest. Okay, 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 warte, ja. Okay, dann brauche ich mal hier so einen kleinen Vorhang, oder? Warte, kannst du die, ne, mach hier links und rechts neben ihm, sodass die runterhängt, so ein Banner. Äh, ein Banner? Nee, kein echter Banner, aber ein gebauter Banner. Ein gebauter Banner. Nee, nee, schimmel, 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 warte. Ich würde so machen. Was machst du? 3, 4, 5, 6, okay. Und da drauf würde ich das so aufbauen. Da drauf. Äh, genau. So ist das hier. Hier, warte, ich brauche noch einen roten Vorhang hinter ihm. Okay. Das auch von dem runterhängt. Weißt du? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Aber ich mache jetzt einfach eine Flagge, okay? Hier, schau mal, schau mal, dass die hier da draufhängt. Auf diesem Vorhang. Wie die da draufhängt? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich baue jetzt hier einfach eine Flagge hin, okay? Das sieht furchtbar aus, wie ich das mache. Ich dachte, schau mal, schau mal, schau mal, ich dachte... Dass ich die da dran hänge. Dass du das, äh, dass die so hier runterhängt. Oh, okay. Okay, 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 okay. Nein, nein, nein. Schreiten sie dann andersrum, Flo. Oh, Mist. Okay, ja, mach das. Du kennst dich besser aus. Ich glaube, das sieht gut. Ich will auch irgendwann mal nach, äh, Amerika. So, auch Westküste und so. Ja. Ich glaube, es ist eine interessantere Küste. Ich glaube auch, weil du hast auch so den warmen Bereich, was ja auch schön ist. Das ist doch, das ist eh überall warm, das ist eh überall Wüste. Ja, Westküste, aber Ostküste ist ja so New York und so. Das ist ja nicht unbedingt warm. Stimmt. Ja, so Mittelküste und Westküste. Mittelküste. Oh nein, das wird nicht gut. Ich mache das nicht gut. Auweia. Die ist zu kurz. Da fehlt was. Warte, ich baue die jetzt hier hinter ihm weiter, damit es wenigstens die optische Illusion einer längeren... Du bist im Weg, geh weg. Ich muss hier weiter bauen. Hier ist mir egal. Ich muss hier weiter bauen. Der Vorhagen ist... Da können wir jetzt halt einfach keine Rücksicht mehr drauf nehmen, okay? Manchmal... Guck mal, das ist doch schön. Dann mache ich jetzt hier noch mit so gelben Knöpfen und Sterne drauf, richtig? Ach, das meinst du? Ja, ja, ich war schon... Ach nein, das ist doch... Wie groß? Ich hasse das Bildbettelsystem. Ja, ja, mit weißen Köpfen, oder? Ich hasse es wirklich. Ich habe keine Zeit mehr. Ich werde es nicht schaffen. Ich habe es doch noch geschafft. Oh, du hast noch eine Flagge gebaut? Ja, aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Guck mal, der hat nur eine Flagge gebaut. Was für ein... Oh, guck, 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 der hat die dicke gebaut. Siehst du? Ich sage ja, der ist ein bisschen pummelig gewesen. Ich habe mal ein bisschen dicke gebaut. Okay, der hatte viel Wasser. Oh, der hat die... Oh, der hat die Dingsstaatung gebaut. Oh, die sieht aber verstörend aus. Also, honest... Gib okay. Ich gebe ein gut, weil es eine gute Idee ist und weil sie es gut versucht haben, aber... Es sieht irgendwie... McDonald's. Ich verstehe, was er machen wollte. Gelber Kast. Okay, sorry. Oh! Oh, guck mal. Das sieht doch echt gut aus. Oh, hä? Ohne Mist, unsere ist richtig gut. Ohne Mist, wir gewinnen das safe. Das ist richtig gut. Unsere ist viel besser als das, was die anderen Idioten hier waren. Guck mal, der baut einfach USA auf Lava. Und er baut eine Finnlandflagge. Der Klassiker. Sorry, aber das ist ein super Kacker. Okay, der hat wenigstens eine schöne Fahne gebaut. Er hat eine Wüste gebaut, aber hier ist aber nichts. Hä? Also, ich gebe ihm okay, weil er hat wenigstens gebaut, was das Thema war. Ähm, ich glaube, der sollte sich die Flagge noch mal angucken, weil die ist, äh... Ne? Das ist super Kacker. Ja, vor allem 10 Minuten. Die war im Spiegel verkehrt, die Flagge von ihm. McDonald's. Man kennt's. Halifau und diese McDonald's. Was ist denn da los? Ich gebe okay. Das ist nicht mal gut, deswegen Kacker. Weil... Oh Gott, was ist das denn jetzt? Sterne. Captain America, the shield. Ah, hier... Okay, hier ist wenigstens eine USA-Flagge. Die USA-Flagge ist nicht schlecht. Ich... Ups, ich habe ihn gut gegeben. Was? Was? Der gewinnt? Das ist ein vierter Platz. What? No way, das ist doch rigged. Unseres war richtig gut. Hä? Thema Schulbus. Ja. Wir bauen so gelben, oder? Würdest du so gelben Schulbus-Bahn? Träumchen. Nice. Das ist doch wunderbar. Aus gelben... Okay, wir müssen schnell machen. Ich kann dir gerne eine ganze Schule bauen hier. Du kannst die ganze Schule bauen. Okay, dann chill. Dann, äh... Soll ich dir was wollen bauen? Weil es gibt sonst keine anderen gelben Blöcke. I don't know. Mach Straße, mach mal Straße. Straße? Alles klar. Warte. Straße aus Stone... Wir bauen irgendwie oft Straßen. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist... Warte, warte, warte. Ich mach so eine Straße, aus der so ein bisschen Dings geht. Rüber. Ja. Ich füll die aus. Kein Ding. Ich hab immer die anspruchsvollen Tasks hier in Build Battle. Flo baut immer irgendwas und sagt, ja, wir machen das jetzt so. Und dann ist man so, ja, okay. Dann mach ich das auch. Wenn man es falsch macht, wird man nämlich sofort abgebaut. Oder wenn man es mag, eigene Ideen einzubringen. Ich bau dich ab. Dann baut er einfach alles ab, was du jemals gebaut hast. Und ist dann so, ja, wir haben da keine Zeit für. Aber das Abbauen selber dauert richtig lang, weil er immer wieder deine Sachen abbaut. Das stimmt gar nicht, warum. Das stimmt wohl. Das stimmt sowas von. Ähm, soll ich in der Mitte von der Straße noch so weiße Dings bauen? Ja, kannst du machen, muss aber nicht sagen. Ach, ich finde das schön. Okay. Äh, haben wir irgendwas, was weißes, was nicht weggemacht wird von dem blöden Ding, weil es sagt, die Blöcke werden nicht unterstützt? Ach, das meinst du? Ja, das ist durchaus belastend. Ja, das ist durchaus belastend. Ich mach das jetzt, weil ich finde das schön. Und dann sind wir alle froh. Okay, ich hab jetzt die Straße fertig gebaut. Die Abstände sind sogar fast gleichmäßig, würde ich sagen. Ist das die Schule, die du baust? Ja, ja. Okay, dann baue ich jetzt den Bus auf die Straße. Alles klar? Genau, genau, genau. Alles klar. Oder mach von mir, dass er schon hier drin steht. Das wird zum Parkplatz. Ist das so? Ah, okay, ich dachte, das ist wie die Schule. Ja, aber immer am Lügen. Das ist, so kennt man's. Das hier. Was ist denn das? Soll ich die rechts parken, oder wie? Ähm, ne, warte, warte, schau. Ich würde sagen, wir machen den Bus, ähm. Äh, äh, äh. Mhm. Das sind die Räder. Ist das korrekt? Ja, ja. Okay. So, der hat so eine Tür. Das ist wichtig, dass wir das bedenken. Und der hat vorne... Ich baue jetzt erstmal einen gelben Block. Ich baue danach noch Sachen ab. Kein Ding. Nicht wundern. Das ist erstmal nur, um ein Grundgerüst zu machen. Details und Verzierungen kommen dann später hinzu. Oh Gott, sieht der bad aus. Hallo, ich hab gerade gesagt, Details... Nein, mein Teil, mein Teil, mein Teil. Was ist das? Warum hat der jetzt sechs Räder? Ist doch kein LKW. Wollt ihr jetzt ab? Ja, doch. Nee. Er hat doch keine sechs Räder. Das ist doch Quatsch. Hä? Florian. Ich würde den so machen mit, äh... Und da geht's wieder los. Da geht's wieder los. Ich baue jetzt hier eine Tür. Zack. Ich mache jetzt eine normale Holztür, nur dass du es weißt. Und dann machen wir Hälfte. Hast du ein Problem damit? Hm? Nö, ich hab kein Problem damit. Ja, gut. Besser ist es. Nee, das wird nicht gut. Weißt du, die Leute können einfach wahre Kunst nicht mehr wertschätzen, deswegen verlieren wir das hier. Ich mache jetzt hier noch Fenster rein. Zack. Einen Auspuff brauchen wir. Bin ich dran. Kein Ding. Kein Problem. Du spielst hier mit einem Experten, musst du wissen. Verdammt. Das gibt es doch nicht. Ich mag das nicht, dass du Sachen nicht aus deinem Inventar nehmen kannst. Weißt du, was ich meine? Oder Heldmann? Du musst alles in die untere Leiste machen. So ein Licht davon, oder? Okay. So. Hier ist der Auspuff. Was? Ronja? Ja? Warst du dich in der Schule? Guck, so würde ich machen. Ja, ich war in der Schule. Wieso denn rot? Äh, so die hecklichter. Achso, dann mache ich jetzt hier unten den Auspuff dran, oder wie? Ja. Okay. Machen wir dann vorne so... Oh, gelbe. Okay, hast du schon? Sieht irgendwie komisch aus, Flo. Das ist irgendwie... Das gefällt mir nicht so gut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der eigentlich noch so Querbalken verziert. hat, aber das haben wir nicht. Du warst jetzt lieber in der Schule. Ja, ja, du kannst dann noch verschönern. Du kannst noch verschönern. Ich kann ihn nicht verschönern. Ich weiß nicht, wie. Aber ich kann dir nur sagen, er sieht hässlich aus. Aber ich wüsste nicht, wie ich es verbessern soll. Das ist halt immer das Problem. Mach die Boden noch Stone. Okay. Mache ich. Das kriege ich hin. Kein Problem. Was ist denn das jetzt hier? Zieh ein Glas hin. So, Stone, sagst du. Oh, was ist denn jetzt hier unten so ein Treppchen? Haben wir so Treppchen? Ist mir jetzt auch egal. Ich bin zufrieden. Einfach Speedbuilding, okay? Wie lange haben wir denn noch? Wir haben 30 Sekunden. Ich meine, da kann man ja wohl mal echt entspannen eine Runde und sagen, hey, atmen wir mal durch. Ich glaube, du stresst dich zu sehr. Ist dir das überhaupt nicht so? Wenn du meinen Stil abplatzen kriegst. Oh nein, das ist nicht gut. So, warte, 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 warte. Oh nein, ich habe was abgebaut aus Versehen. Hupsi, Daisy. Das soll nicht so sein. Hier ist der Grasblock. So, guck mal. Ich habe fast alles versteint. Ist das nicht schön? Ich sage, ich bin fertig. Das ist als Parkplatz erkennbar, würde ich mal behaupten. Und jetzt hast du die Schule gebaut und wir gewinnen. Ja, eigentlich, wir hätten ein Kind ab und sollen. Oder will ich schon irgendwer mal rauskommt, aber egal. Guck, weil das hier ist so konkurrenz. Ich gebe ihm okay, weil wir wissen nicht, wie schlimm es noch wird. Guck mal, der. Das war ein super Kacke für mich. Warte, das ist Pixelart, Pixelart. Super Kacke. Und er schreibt irgendwas auf. Was ist das denn? Ja, wir haben eine gute Chance gehabt. Egal, wie schlecht du denkst, es gibt immer schlechtere. Sorry, aber was ist das? Hier war jemand ein bisschen größenwahnsinnig. Der hat einen Cabrio gehabt. Okay, der hat wenigstens richtige Reifen und so. Okay, weißt du was? Dem gebe ich einen gut. Man muss immer die Sachen im Vergleich verwerten. Das zum Beispiel würde ich jetzt eher... Das ist auch ein Cabrio. Wieso wird da keiner fertig? Sie sind doch zu zweit. Cabrio. Boom. Es gab... Okay, was ist denn das? Warum fliegt der? Das ist der Fortnite Battle Bus. Ach so. Er ist kein Schwierbus, ne? Themen, Verfehlung. Okay. Guck, 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 das meine ich. Der hat diese Streifen. Der hat diese Streifen. Das Ding sieht zwar nicht aus wie ein Bus, sondern... Au, ja, aber trotzdem kacke. Ich gebe ihm okay. Der hat schon, wie gesagt... Oh Gott, was ist das? Ich wollte doch sagen, dass der... Guck mal, was ich... Wer wählt denn so ein Thema? Oh, weia. Mein Teammate left stand auf dem Schild. Okay. Das ist schon wieder ein Cabrio. Das sieht aus wie... Ne, das ist aus wie... Wie es uns rauskippt. Das sieht nicht okay aus. Oh, guck, unteres. Oh, guck, ja, guck mal. Unseres... Ich meine, der Bus sieht genauso dämlich aus. Aber... Besser aber, insgesamt. So, alles in einem haben wir eine Szenerie geschaffen, okay? Der hier... Ich meine, unseres ist auch nicht gut, seien wir ganz ehrlich. Der hier ist... Der findet das... Oh, krass. Das ist aber wirklich einfach kein gutes Thema. Ich gebe mir okay. Er hat die Tür nicht gut gemacht. Mit innen drin hat er will, ist das Baby drin. Okay, das ist stark. Das habe ich nicht gesehen. Das sieht wiederum einfach nur... Das sieht aus wie eine UFO. Aber er hat eine wirklich große Straße gebaut. Ich weiß nicht, gebe ich okay oder kacke? Ich glaube, ich habe kacke angegeben. Ufo mitreden. Ich habe noch niemanden okay gegeben bis jetzt. Guck mal, der hat nicht mal Untergrund gebaut. Der versucht es nicht. Guck mal. Sorry, aber... Ganz ehrlich. Ah, ja. Okay, besser ist es. Ohne Mist, wenn wir das jetzt nicht gewonnen hätten. Na gut, das war es dann aber auch für diese Folge. War es der Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.